ja geht nicht kaputt geht nicht geht nicht dann sind sie jetzt kaputt und das kriege am ende nicht geil fand ich noch mal zu bauen hat sich gelohnt ich muss die also drehen so für die schuhe draus so habe ich auch was dabei sei oder so wieder haben kann man sich bauen scheiße keine seite mehr so es gibt es noch schönes irgendwas sinnvolles mal hier so ein feld das können wir aufbauen bauen wir mal innen drin vielleicht ist das ja irgendwie nahrung ab oder so das baue ich mal hier so hin baustelle mehr kommen doch mal hier keine 1 daneben so kann ich hier unten eins bauen du würd ich jetzt auch haben so so 2 2 4 ok da haben wir sechs baumstimme haben wir bestimmt noch was da irgendwo gehen wir jetzt pennen nur noch mal hier also ich habe es ist ja Ich kann euch nur da hin tragen, so gehts. Du magst. Komm. Neh' mal mit so. Wir bauen uns ein, so ein Feld. Ich weiß doch nicht, ob das Nahrung bringt, aber... Wenn wir irgendwie das eins fertig bauen, fangen wir mit dem an. Kann ich jetzt irgendwas machen? Hm? Keine Ahnung. So geh' mal pennen. Rein hier die Bude. So. Zitti Bing. Vorab. Jaa, noah. Geil, Scheiß. So, jetzt haben wir noch Kohldampf. Übelst Hunger. Ich habe noch was zu essen. Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie... Ich glaube, dass die Mopfer da etwas gebracht haben. Ich glaube es aber eher nicht. Mal... Nein. Jetzt gehen wir erstmal Wasser holen. Richtig Wasser. Scheiße, hier ist er. So, nur noch das ist mal. Vielleicht sollte man die fürs Lurs nehmen. Fürs Jolo schlagen. Vielleicht die ja schneller. Mal gucken. Irgendwann durchfinden. Jawoll. Ich weiß, ob es reicht zum Essen. Das könnte funktionieren. Ja, dann müssen wir die zum Jahr nehmen. Das ist schneller. Boah! Wo? Boah! Boah, alter! Fackeln! Scheiß, alter! In's Haus, in's Haus, in's Haus! Mach dich von meiner Bute weg! Alter! Aus! Alter! Ich habe Essen Hunger! Ich habe Essen Hunger! Scheiße! Das ist ganz schlecht! O'n weißt! Wir sind eine Industrie. Wie auch ist das Muster vor? Oh, Alter! Da.